Ja, heim willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, spielen wir mit diesem Höhlenmensch Rayman. Eigentlich passt er in das Gebiet, aber eher in den Innenraum und nicht so in diese Kälte. Aber ja, spielen wir mal als Level gütiger Golem. Sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus mit diesem komischen Tentakel. Und da sind eindeutig schon so halt Goldpilze. Jeder, oh, das wollte ich jetzt nicht. Jeder kennt sie. Ja, ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen herausfordernd. Ja, aber der hat nicht mit einberechnet, dass ich da auch bin. Und dieser Kleinling da, der war ja eindeutig zu erkennen. Ganz ehrlich, das ist zwar cool mit dieser engen Links gewesen, aber man hätte es auch so hingeschafft. Also wirklich noch vorig. Also wirklich einfach. Naja, so einfach nicht, aber... Ja. Und der Gegend ist ja auch ziemlich eisig. Diesmal gehen wir nicht rein. Dann bleiben wir noch ein bisschen länger draußen. Ich frage es jetzt einfach, wo sollen wir jetzt hin? Hier gibt es jetzt mehrere Wege. Hier zum Beispiel ein Geheimgang, der jetzt überhaupt nicht geheim war. Oh, und hier. Der ist so... Jetzt ist das so ein One-Try. Da haben wir jetzt alles mit einem Versuch schaffen. Haben wir auch. Aber ja. Dafür können wir uns mal anmerken, dass Raymond da irgendein totes Tier, glaube ich, ähm, als Kapuze trägt. Und da höre ich doch schon wieder ein Kleinling, genau. Und da oben könnte auch noch was sein. Aber ich glaube, es ist es nicht, denn... Ah, das war jetzt ein bisschen unnötig von mir, dass ich das versucht habe, aber... Hätte sein können, dass da... Das, wenn man es so versucht, weil ich dachte, vielleicht wenn man... Da die ganze Wand hochläuft. Ne, man kann gar nicht die ganze Wand so weiterlaufen. Ich dachte eben, dass man vielleicht so dann weiter nach oben laufen kann. Geht aber leider nicht. Schade. Aber jetzt sind wir wieder drin. Und diese... Welt wird wirklich stark... Halt, ähm, sich fokussieren auf diese... Oh, wie nennt man es? Ja, auf diese Wandsprünge. Halt, auf diese Wandläufe. Genau, Wandläufe sind es. Und wow. Da ist gerade ein bisschen was runtergekommen. Das ist ein bisschen arg, was. Okay, da können wir nicht dran laufen, aber hier können wir dran laufen. Ich frage mich, ob das überhaupt nötig war oder ob... Wow, wir haben sogar noch die Gliederlos bekommen. Ich frage mich, ob das überhaupt nötig war oder ob man es auch ohne es geschafft hätte. Naja, wir haben es jetzt mitgemacht. Ja. Oh, und hier ist noch einer dieser Leute. Ja, das hätten wir vielleicht ein bisschen anders machen sollen. Aber... Ja. Wir werden es schon noch schaffen. Ist überhaupt ein Mikrofon an? Ja, gut. Sorry für diesen kleinen... Kracher jetzt oder was es auch immer ist. Ich weiß schon, dass man das ziemlich arg hört in der Aufnahme. Ja, und da oben ist auch nochmal eine geheimen Pfad. Aber ja, das haben wir jetzt schon mal gut geschafft. Das müssen wir nur noch hier weiter hoch. Um den anderen Geheimpfad zu bekommen. Ich versuche da jetzt mal hinzukommen ohne diese Cheat-Taktik. Ah, und das ist gar kein Geheimpfad. Sondern einfach nur... Ja. So eine Münze. Aber trotzdem würde ich noch gerne... ... ... ... ... ... ... ... ... haben aber jetzt auch bekommen und jetzt können wir weiter verpasst haben wir hoffentlich noch keinen naja haben wir eh nicht weil den einen da haben wir ja gerade erst bekommen da hab ich mich kurz verschluckt ja was darf ich dagegen die ziemlich verlockend oder so wäre für irgendwelche ja geheim pfade oder halt verstecken kleinlinge aber da sehe ich gerade dass hier der zweite royale kleinling ist und ja der hat der ansitz getroffen ja gut die kommen gar nicht runter da bin ich sehr froh drüber und ich warte auch gerade noch bis er den zweiten schießt weil ich habe gerade gesehen wenn er den zweiten schießt krachen wir ineinander und dann ist er ein bisschen wie aufgehalten ja und jetzt haben wir schon geschafft das heißt jetzt für uns noch ein paar die ein paar kleinlinge die paar kleinlinge und dann sind es eigentlich auch geschafft haben und hier kommt auch gerade noch so ein ja eine ranke und da wäre ich jetzt gerade noch dran verpasst aber die ranke ist egal da wir noch den kleinling brauchen da gab es noch ein paar geschenkte looms hier ist noch ein kleinling ich will es einfach nicht sterben danke gut das hätte ich vielleicht jetzt nicht machen sollen ich bin ich ja das war bisschen blöd aber ein Jahr jetzt sind es eigentlich gleich schaffen ja wenn wir jetzt wenn wir es jetzt nicht wieder den gleichen fehler machen sollten wir es schaffen gut fast hätte ich schon wieder so einen fehler gemacht aber ich will es eigentlich vermeiden und das rad dreht sich auch noch das heißt wir könnten das ziemlich ähm wow das war jetzt verdammt knapp aber das heißt wir könnten dann noch ziemlich aufgehalten werden das haben wir noch geschafft interessant ich meine man muss sich einfach mal vorstellen ja okay jetzt kann ich es nicht dazu doch da ich meine man versucht einfach nur hoch zu rennen und dann bleibt man da auf der stelle stehen ist vielleicht nicht das was man sich gerade da gewünscht hat aber hier kommen wir eigentlich nicht so einfach hoch ja ja auch die an der stelle vielleicht jetzt ziemlich lang hängen städt mich ein bisschen weil die stelle ist jetzt ja eindeutig nicht so schwer ja und deswegen haben wir es auch jetzt geschafft wo jetzt kommen auch noch da diese ranken deswegen gütiger golem weil hier eine art miniboss ist interessant und jetzt wird er so eine art dämon oder so aber jetzt haben wir ihn ja besiegt und diese ich weiß nicht ob das jump pads sind oder wie man es nennen soll aber die sehen auf jeden fall cool aus hier generell der boss sah eigentlich ziemlich cool aus besonders wie er sich halt langsam in den schädel verwandelt hat aber halt diese hüpf pilze die sie damals waren sehen hier ziemlich cool aus ja war ein interessanter kleiner miniboss schade dass das nicht der finale boss war weil dann wäre er ein bisschen einfacher gewesen ach und diesmal gibt es gar keinen freischalten des kleinen links interessant nur weil da ein kleiner miniboss war ok ja und langsam kommen wir langsam kommen wir auf die 600 kleinlinge zu dann fehlen es nur noch 100 und haben wir es schon langsam geschafft ritt auf dem sturm gleich aber weil wir werden jetzt noch das glückslos öffnen oh und da ist ein kuscheltierter der antenne der antenne ganz ehrlich schon ohne ihn zu sehen ist es eigentlich klar dass es ein roboter ist ich meine antenne ja gibt es auch eine goldmütze cool ganz ehrlich ich werde es noch kurz gesammeln ich weiß soll ich vielleicht nicht in meinem part machen weil es ziemlich viel zeit kostet aber ich meine da stehen so viele lungs einfach so rum weil sie fliegen da einfach so vor der nase das kann man doch eigentlich gar nicht nicht einsam nehmen es ist so eine große verlockung und lang dauert es ja auch nicht ich meine es hat jetzt so höchstens minute gedauert hier fehlen uns auch nur noch 40 lums so und jetzt machen wir das level ritt auf dem sturm wow also hier ist eindeutig schon mal ein großer ok das tut einem eindeutig schmerzen wollte ich einfach mal ausprobieren nein was ok ich sollte ein bisschen groß mehr aufpassen ich dachte die verbinden sich nur aber anscheinend können die auch auf dem Boden ist auf jeden fall schon mal eine interessante mechanik und hier ist ja wirklich ein großer Sturm ich weiß mittlerweile wie man einsaucht ok und die Wolken können wir auch eindeutig nicht zerstören leider so und hier kommt eine Art Flotte ok ok das habe ich nicht dazu gesehen die Feuerwelle ja vielleicht werde ich nicht immer die Bomben zerstören äh vielleicht ich guck noch ob die mir auch Luft geben ne gehen sie nicht dann dann lasse ich sie glaub lieber auf jeden fall schon mal ein ziemlich chaotisches Level muss ich sagen ja und der Sturm ist auch ziemlich gefährlich ja ich weiß nicht geben wir diese Bombenlumps ich glaube irgendwie doch deswegen werde ich sie doch wieder zerstören aber hier ist auf jeden fall schon mal eine Klotte von diesen komischen Goblins sind ich glaub was auch immer das sind irgendwelche steampunk fliegen vielleicht ja ich weiß auch nicht au ok das war jetzt ein bisschen gemein ok jetzt wird das Level langsam gemein wo es mich wieder spawnen lässt weiß ich jetzt nicht auf jeden fall nicht am Anfang da bin ich froh drüber ah ok aber jetzt wird das Level langsam gemein weil es ein ich mein vorher war es ja noch so ähm dass es nicht ganz so unfett genau das meine ich ähm dass man es noch so schießen konnte und halt hinter der Wolke bleiben konnte und nach dem nächsten Blitz halt durchfliegen konnte aber mittlerweile ist es wirklich so dass das Scrolling so geht dass es mit dem Blitz geht das heißt der Blitz schlägt erst wieder ein wenn wenn man kurz vorm Scrolling also wenn man am Scrolling Ende ist war ich ein bisschen gemein drin weil man hat ja wirklich keine Chance eigentlich dem auszuweichen ok jetzt bin ich glaub in der Flosse drin oder so oh da müssen wir jetzt ziemlich schnell handeln ok ja also so zwar finde ich es gemeint dass wir es einem nicht erklären aber das Leuchtende erklärt sie eigentlich schon trotzdem finde ich es ein bisschen gemeint dass wir es einem nicht erklärt haben so diese Turrets kann man ja auch nicht zerstören und den müssen wir eindeutig noch einsammeln den Kleinling ja ja und jetzt ok komischerweise wow jetzt wird es langsam ziemlich assi weil ich meine die kann ich glaub auch nicht zerstören oder? ich weiß nicht die Szene grad eben war ein bisschen assi also die Szene grad eben war ein bisschen assi deswegen bin ich froh dass ich da durchgekommen bin und das war sie schon im Level interessant ja und da gibt es sogar einen eigenen Hintergrund dafür glaub ich zumindest ja und jetzt haben wir wirklich schon die 600 Kleinlinge geschafft cool und tückische Tempel ist Level hm das machen wir das nächste Mal ok das Level machen wir das nächste Mal ja da nochmal ein paar Lumps 2000 aber das Level machen wir das nächste Mal weil früher war es zwar so dass diese Level nicht lange gedauert haben aber mittlerweile ist es ja wirklich so dass solche Level besonders weil sie halt so nervig sind ziemlich viel Zeit beanspruchen können ich weiß zwar jetzt nicht wie es mit dem Level ist aber ich möchte jetzt mal kein Risiko eingehen besonders ich bin jetzt ehrlich ich habe jetzt auch nicht so viel Lust das Level zu machen deswegen verschiebe ich es einfach mal aufs nächstes Mal wird ja jetzt nicht was verheerendes sein also das war es jetzt wieder mit dem Part falls ihr euch gefallen habt könnt ihr ruhig ein Like da lassen wir sehen uns beim nächsten Part wieder Ciao 2 2 2 3 sphere 2 六 5 6 6 7 Untertitelung des ZDF, 2020